In diesem Video geht es um die besten Fahrradmontageständer. Der Qualitätssieger in unserem Fahrradmontageständer-Test geht an den CXWXC Fahrradmontageständer. 360 Grad drehbare Klemme und höhenverstellbare Körper. Die Klemme mit einem Hebel kann Ihr Fahrrad sehr stabil befestigen. Dank der Teleskopstange ist dieser Montageständer höhenverstellbar, damit Ihre Taille bei der Reparatur angenehm ist. Leichter, korrosionsbeständig, tragbar und leicht zu lagern. Nach dem Intensitätsprüfung kann er maximal ein Fahrrad von 50 Pfund belasten. Auf die große Werkzeugablage können Sie Ihre Werkzeuge legen, was platzsparend ist. Darüber hinaus kann der Magnet die Schrauben und Muttern fest anziehen. Dank der mitgelieferten Haltestange schüttelt das Vorderrad bei der Reparatur nicht. Die Haltestange ist auch längenverstellbar. Die Fahrräder stabil befestigen. Mit den Gummifüßen ist der Rutsch fest und kratzt den Boden nicht. Den besten Preis findest Du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Songmix Fahrradmontageständer. Leicht, langlebig, attraktiv und imstande, 25 kg mit Anmut anzuheben eine Menge Gründe also, sich diesen Premium Fahrradreparaturständer aus Aluminium unter den Nagel zu reißen. Wählen Sie ein Reparaturset, welches für echte Fahrradliebhaber entworfen wurde. Die TPR-Gummiklemme verhindert Kratzer und kann Stangen mit einem Durchmesser von 25 bis 50 mm umgreifen. Der um 360 Grad drehbare Kopf weist zudem U-förmige Verzahnungen auf, die Ihr Rad mit einem unerbittlichen Griff stabil halten. Sie sollten weniger Zeit mit dem Aufbau Ihres Montageständers verbringen als mit der Fahrradreparatur selbst. Dank der Schnelllösevorrichtung lässt sich der Kopf einfach drehen und auch die Höhe des Ständers sowie die Standbeine lassen sich fix verstellen. Das Gestell mit zwei Standbeinen sowie der Kopf dieses mobilen Werkstattständers für Fahrräder lassen sich einfach einklappen. So können Sie dieses Leichtgewicht einfach überall hin mitnehmen. Einen hochwertigen Fahrradmontageständer, eine magnetische Werkzeugschale, eine Lenkerfixierung sowie freundlichen Kundenservice. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Fahrradmontageständer-Test ist der Fischer Fahrradmontageständer. Der Fischer Montageständer Premium eignet sich zur bequemen Reparatur von allen Fahrrädern auch mit Oversize und Y-Rahmen. Durch seine Tragkraft bis 35 kg ist er auch für perfekt für E-Bikes geeignet. Durch die einstellbare Arbeitshöhe von 113 bis 186 cm lässt sich sehr rückenschonend arbeiten. Das Fahrrad oder E-Bike lässt sich schnell und sicher fixieren. Die Rahmenklemme schont den Lack und hat einen Öffnungsbereich von von 35 bis 65 mm. Zusätzlich ist sie 360 Grad drehbar. Der Montageständer ist äußerst stabil und besitzt eine hohe Standfestigkeit. Eine Ablagebox für Werkzeug und Pflegemittel sorgt für bequemes Arbeiten. Der Montageständer lässt sich schnell zusammenklappen und sorgt somit für eine platzsparende Aufbewahrung inklusive Montageanleitung. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.